Auf welcher Seite steht Sandy May-Wölden beim Pocher-Drama? Im Podcast mit ihrem Ex findet sie klare Worte. Die Schlagzeilen über das Pocher-Ehe-Drama überschlugen sich in den letzten Tagen. Nachdem die beiden ihre Trennung bekannt gaben, kam schnell eine dritte Person mit ins Spiel. Angeblich hat Amira längst einen neuen Mann an ihrer Seite. Ein Unding für Oli. Immer wieder schießt er gegen seine Ex und ihren angeblichen Lover, der Glückskeks-Weisheiten raushaut. Auch aus deinem gemeinsamen Podcast wurde Amira gekickt. Stattdessen ist seine andere Ex-Frau Sandy May-Wölden eingesprungen. Auch sie hat eine klare Meinung zu dem Ehe-Drama. Das sagt Sandy May-Wölden über das Ehe-Aus. Sandy ist eigentlich mit Oliver und Amira befreundet. Dementsprechend schwer ist die momentane Situation für sie. Ihr wart beide gleich daran beteiligt, dass es nicht funktioniert hat. Dir geht es nicht gut, Amira geht es nicht gut. Jeder macht Fehler. Man kann das jetzt nicht ändern, stellt sie im Podcast die Pochers klar. Die Enthüllungen um Amiras neuen Lover haben sie trotzdem überrascht. Es ist ja auch nicht alles okay. Viele der anderen Beteiligten, und es ist ja auch schon Wahnsinn, dass es mittlerweile mehrere Beteiligte gibt, tun teilweise so, als wäre alles schön und lustig. Bei Olli sitzt der Schmerz immer noch tief. Doch Sandy versucht ihn, zu beruhigen. Man ist traurig, man ist sauer. Aber trotzdem müssen wir als Familie vorankommen. Es muss mal eine Ruhe reinkommen, findet die 40-Jährige. Ich denke, das Wichtigste ist, einen Rosenkrieg zu vermeiden. Vor allem der beiden gemeinsamen Söhne zuliebe. Ob das wirklich gelingt, Olli kündigt bereits. Ich werde weiter den Finger in die Wunde legen. Ich werde das jetzt nehmen. Und ich werde das jetzt tun. Vielen Dank.